Ein kräftiges Tief zieht am Wochenende von Skandinavien zum Baltikum. Im Mitteleuropa bringt es stürmisches und spürbar kälteres Wetter. Von der Nord- und Ostsee bis zu den Alpen muss zeitweise mit Sturm, zum Teil sogar mit Orkanböden gerechnet werden. Dazu fällt immer wieder Regen. Freundlicheres Wetter herrscht dagegen im Südwesten Europas. Bei viel Sonnenschein bleibt es dort weitgehend trocken. Der Samstag bringt dichte Wolken, dabei nimmt die Zahl der Regenfälle vom äußersten Norden und Nordösten zu. Sie kommen bis zum Abend bis etwa zu den Mittelgebirgen voran. Nur im Südwesten und Süden bleibt es bis zum Abend meist trocken. Die Temperaturen erreichen 8 bis 14 Grad. Der Wind weht im Süden mäßig bis frisch mit starken Böen, im Norden frisch bis stark mit stürmischen Böen aus West bis Nordwest. An den Küsten und im höheren Bergland können schwere Sturmböen mit dabei sein. Am Sonntag überwiegend verbreitet die Wolken und zeitweise gehen zum Teil recht kräftige Regengüsse nieder. Bis zum Abend sinkt die Schneefallgrenze auf 800 bis 1000 Meter Höhe. Im Norden und Westen kann es örtlich auch mal ein paar Wolkenlücken geben. 7 bis 14 Grad werden gemessen. Der Wind weht frisch, bestarkt mit stürmischen Böen aus Nordwest. An der Nordsee und in höheren Lagen sind bei Nordweststurm schwere Sturmböen oder Orkanböen möglich. Mehr Informationen zum Wetter finden Sie unter www.wetterkontor.de oder bei Facebook und Twitter unter Wetterkontor. Wir wünschen Ihnen ein schönes und erholsames Wochenende. 3-4-3-4-4-5-4-2-3-4-5-4-3-4-4-4-4-5-4-7-4-5-5-4-5-1-4-6-5-6-7-6-6-7-6-7-6-6-7-6-6-7-7-6-7-7-6-7-7-7-7-7-7-6-7-7-7-7-7-7-7-6-7-7-7-7-7-7-7-7.